...hatten wir jetzt das doch dafür gespielt. Dieses Abkommen umfasst konventionelle Waffen von kleinen Personen bis zu Panzern und Kriegsschüssen. Export und Hufahrt von Waffen und Waffenteilen müssen unter Kontrolle werden. Kein Export ist in Ländern erlaubt, die in manchen Rechten versprechen können. Als historisch und als meidensteil wird das Abkommen bereits bezeichnet. Der Vorsicht ist eingebracht. Noch muss es von den einzelnen Ländern auch zertifiziert werden. Mindestens 50 Daten müssen unterzeichnet. Erstens könnte das Jahre dauern. Und zweitens wird das Akt, sondern dann auch nur Länder gelten, die es nicht nur jetzt zugestimmt haben, sondern es dann auch tatsächlich ratifiziert haben. Tschechien beendet heute sozusagen offiziell seine Eiszeit mit der Europäischen Union. Nachdem Extrindent Václav Klaus sowohl dieses Kalbats- als auch die Ratifizierung des EU-Rettungschans ISM abgelehnt hatte, gibt es heute aus der Prager Bürger die Inszenierung. Der 1. März angelobte Präsident Selman nützt den Besuch von EU-Kommissionspräsident Barroso, um auf seinen Anzeichen der EU-Flagge zu kissen. Und damit soll er es seit Zwischenliegen in Tschechien geendet werden. Er erinnert an den ich eine ähnliche Geschichte vom verlorenen Sohn. Es verbietet ihm, Vater Barroso, nicht das Beste hier auf seinen Festtagsraten aus, denn auch scheint es, als würde ich hier eine Heimkehr groß inszeniert. Der neue tschechische Präsident Selman hat bis zu diesem Besuch gewartet, um ein Weitersprüchen auszulösen, nämlich auf der Prager Burg die Umfahne zu listen, die unter seinem Amtsvorgänger vertreten sei. Und er wartet bis heute, um eine Unterschrift zu leisten, die reine Formsache ist. Erst heute ratifiziert auch der tschechische Präsident den permanenten Euro-Rettungsschirm ISM nicht etwa, weil Tschechien in den Euro-Drehenstunden etwas einfallen wolle, sondern weil alle 27 EU-Staaten die Änderung des Lissabon-Vertrags bilden müssen, mit der sich die Eurozone diesen Rettungsschirm geschaffen hat. In beiden Kammern des tschechischen Normaments wurde der ISM schon im vergangenen Juni abgesegnet, aber Ex-Präsident Klaus verweigerte bis zur Abschrift und nannte den ISM. Absurd, in der Sehner ist das andere. Hotpies, Aurora Baru, Alkonest, und Submar des Tschechischen Normals. Und die Unterschrift unter den ISM kommt, unter die Regierung ist...